Bei mir persönlich geht Qualität vor Quantität beim Üben. Das heißt, lieber zwei oder drei Stunden wirklich konzentriert üben, als hinterher sagen zu können, ich habe acht Stunden geübt und letztendlich hat man aber nur die ganze Zeit rumgedaddelt. Macht euch eine Liste. Bei mir ist es immer eine Liste im Handy, in die ihr euch eintragt, was ihr üben wollt. Ihr könnt im Handy zum Beispiel direkt Links speichern oder Screenshots machen und das dann im Proberaum wirklich Punkt für Punkt abarbeiten. Wenn ihr etwas übt, rechnet damit, dass ihr es wirklich total oft hintereinander spielen müsst. So lange, manchmal auch eine Stunde, bis es wirklich im Muskelgedächtnis ist. Erst dann ist es abrufbar. Nehmt euch immer auf, um wirklich zu checken, okay, spiele ich richtig, bin ich im Fluss, passt alles. Gut, danke für's euch. Natürlich! Gut, danke für's euch?